hallo und willkommen liebe motorradfreunde hier sind wir bei einem spiel dem es keine gibt hier sind wir bei going medieval das einzige was es hier heißes gibt statt heiße motorräder gibt es hier heiße scheideraufen noch ist es nicht schön wie sie wieder brennen wir haben mittlerweile den herbst erreicht ist es also bald wieder ja es wird bald wieder zeit uns warme kleidung zu besorgen und ausreichend nahrung die mit video verboten kann wie sich das gehört in diesem spiel hier freunde ja die ja die machen sind durch unsere fallen gelaufen haben die ausgelöst sind dadurch auch schon angegriffen wir müssen die scheiß fallen mal wieder reparieren wo ist der jäger wo 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 keine ahnung wie sogar keiner der irgendwie sich für die jagd gerade interessiert lena schreibt kommen da gehen wir mal jagen die das auch mal lernt irgendjemand wenn die fallen die laufen nicht alle meine fallen die war alles kaputt blöden dings lang gelatscht nach der händler kommt mit diesen typen ja da reden und die dorfbewoner von mir in der zeit sehr gut ja wunderbar macht weiter so freunde man das macht ihr nur ihr pappnasen kommen hier ins es gemüse also ich weiß nicht es ist mir ein rätsel was hier so los ist aber kommt dieser händler jetzt hierher keine ahnung ob es hier ein doppelt dabei ich habe euch schon dort und wo ist mein donald donald jagt wieso sagt er ich weiß nicht es ist mir wie das übliche chaos hier am anfang einer folge so was kann man alles schön das anderen was wir nicht brauchen das gibt der uns alles mal so gedöhnt hier eine was eine schweine google das muss ein antiker helm sein schweine google auch schweine google das hört sich wissen komisch an plattenhandschuss gold gold ist natürlich ein richtig hartes metall da lohnt sich ja hier kriegen ihre ramböcke her von diesen komischen händlern schweinerei aber leider keinen schönen helden ich brauche einen schönen helm für für und rick das ist dies morgen sommer kann unser länder solide die kümmern schon mal andrehen hier ist es schön die verkaufen wir mein freund nehmen ihn der schild hier ist auch ein schrott den kannst auch gerne haben so dann haben wir ihn schon mal angedreht also fairen tausch handel angeboten also was verkauft er uns dann eigentlich irgendwas nützliches gar nichts wie es aussieht hier wir können nur was verkaufen er verkauft eigentlich nur waffen so wie es aussieht ich will natürlich ein bisschen was verfaultes gemüse andrehen aber ich weiß nicht ob man darauf so abfährt ist ja alles so an boden nachfrage kann ich viel fleisch überhaben mein gott haufenweise leder haben wir auch was verkaufen ich kann mir bei dem ein schönes kaufen was sich denn eigentlich lohnt also eigentlich nur waffen leichte armbrust klaus metall ausgezeichnet normalen schild schweine google war schweineteuer und sagen leute ich bin im hamburg wildere holzhaare misch da weiß ich nicht ob das überhaupt was bringt hier ganze kram und streitkolben aus eisen gut ritterswert das sind zwei händer das ist eigentlich müsste ein einhänder sein das verhältnis zum haus könnt ihr eine sache kaufen und dann ist es schon wieder vorbei mit unserem tauschen material könnt ihr jeder helm haben da liegt wahrscheinlich irgendwo irgendwo und vermodert im leiden gambeson unterkleidung aus leiden wenn der kleidung aus leder schwach die kann es auch haben die kauf man so ein bisschen alten kram altes beil aus eisen aber auch nicht kommt im auf im in am im 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 Das kann ich gar nicht benutzen, weil ich dafür irgendeine Fähigkeit brauche. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Natürlich wird ein schöner Helm für Aldrich nicht schlecht, da läuft er jetzt mit einem normalen Topfhelm rum. Das war alles teuer, dann kam hier Holzhanisch. Das habe ich noch nie gesehen, aber das kriegt man wahrscheinlich nur mit diesem Händler hier. Interessant. Hab da noch irgendein Kram, den wir loswerden können? Sommerkleidung aus Leder. Guck mal, die können wir dann auch verkaufen. Nehmen wir nochmal. Winterkleidung werden wir jetzt brauchen. Das ist ein Sädel aus Gold. Naja. Streitakt. Ritterschwert. Wir könnten hier sowas mal kaufen, einen Buckler für einen unserer Schildträger, mit der dann Holzschild austauschen können und vielleicht die leichte Armbrust da und mal ausprobieren, ob wir die überhaupt benutzen können. Gerät. Wir müssen jetzt mal unter anderem schauen. machen wir das mal so oder sehr viele trefferpunkte er hat ein bisschen mehr aus wie das schild auf jeden fall die hat einen überlegenen der solide hier hat noch den turmschild immer der ist eigentlich noch noch das schwächste schild hier nimmst du den muckel aus metall so donnernd zum jagen ich sage ich gar nicht stören hier wir sehen aber auch was trifft ja wer ist der jahr lang bogen auch nicht so die beste waffe zu jagd ich weiß nicht liegt ja noch zeug rum kann ja die nehmen die leichte armen wurst die ist auf jeden fall präziser hat eine höhere reichweite auf jeden fall 25 meter basis 18 meter also ich könnte aus einer größeren entfernung auf gegner schießen dann gucken wir mal ob so eine armenbrust das bringt pro rüstungs durchdringung anderes bonus gucken wir mal ob das das bringt die sachen können wir auf jeden fall aufheben müssen hier nicht rumliegen die sachen rum die kann man recyceln verkaufen was auch immer die typen auch also nicht denen also jetzt kann ich verbrennen zumindest der liegt auch hier mit uns zusammen halb in unserem lager oben das ist auch nicht schön freunde das ist ganz schön so ok hat sich jetzt nur sommerkleidung freunde so wir machen jetzt hier mal winterkleidung schon mal vorhand die rüstung des länder und noch mal rüstung des länder diese war nicht so noch nicht gut werden die den gebaut taugt ja nix 153 die rüstung der rüstung der rüstung schadet ihr auch nicht kerl hat den helmus wieder ausgezeichnet die taugen jetzt hier so werden hier diese rüstungsteile gemacht die taugen alle nix ok psch aus leder das können wir auch nicht hier brauchen die rüstungsteile sehr ok Hier kann man schon mal Winterkleidung geben. E.U.M.A. Zimmerhandwerk. Okay. Schön für ihn. Hmm. Oh, der ist aber auch ganz schön runter. Der ist auch nur schwach. Der strahlt toll, aber das ist besser als das, was er hat. Der hat ja noch nur 42 Trefferpunkte. Dann wird er noch ein paar Mal mit rumhauen, dann ist das Ding kaputt. Okay. 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 So, der hat ja gestört. Sehr gut. Und das ist das normale. Okay. 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 So, der ist auch nicht mehr so der Beste. Du wie die Haube. Dann hast du schon mal was. Ein bisschen besseres. Wer ist hier verärgert. Du bist gleich Ärger. da. Dann ist was, du dumme Nuss. Fleisch ist genug da. Da war nichts nicht. Warte auf Ressourcen. Eigentlich ist Gemüse. Gemüse gibt es eigentlich genug. Richtig. Die überall rum. Jetzt. Das ist mal mehr. Kälter. Was mit dem. Verhungert. Verstehe ich nicht, ey. Das stehe ich echt nicht. Die Korotten von. Gehen auf dem Lagerplatz kaputt. Aber die Jungs hungern hier. Aber die war total kaputt. Naja. Ist irgendwas drin? So, den hier eigentlich nochmal drin. Winterkleidung. Ah, ja. So. Sehr gut. Ich will sich da pennen. Dann wird sich das. So. Eigentlich hab ich die Öfen langsam wieder anmachen. es kalt wird hier in zehn grad okay das ist nicht warm du denkst du warum marsch ich habe We're gonna snakes Okay, unsere Apotheke haben wir hier auch gebaut. Dann erst war es Mensch. Also ich weiß nicht. Das ist echt sehr merkwürdig alles. Kräuter. Kräuter haben wir hier eigentlich auch noch einiges. So, hier wird grober Wein gemacht. Okay. Hier hüpfen wir die. Geht das an, dass hier alles rumhüpft. Der jährt hier fröhlich vor sich hin. Er ist eine Rotgerübe. Dann geht es dir direkt wieder besser. Yes, das ist noch mehr. Ich weiß nicht, was hier los ist. Hier liegen auch noch Gerüppe rum. Vielen Dank. Hier haben wir das Ding hier. Ob es das bringt, wenn wir ein zweites Räucherhaus bauen würden? Wir haben so viel Fleisch im Grunde, aber das macht keiner was mit. Und bis hier mal wieder so ein Ding fertig ist, das dauert auch ewig. Da habe ich mir überlegt. Da ist ja eigentlich ein Lagerplatz. Äh. Okay. Äh. 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 Ja. Keine Ahnung. Aber weiß nicht. Wir haben auch Räucherfleischhaufen. Wer funktioniert dann jetzt schon wieder? Ja. Der dürfte, was ich essen. Und Donald isst jetzt, nee, der spielt. Okay, der spielt lieber statt zu essen. Das ist nämlich Prioritäten setzen. Jetzt ist mal mehr. Die Sicht im Regen ist beeinträchtigt. Okay. Äh. Ja, die essen. Der ist hier am Fagstückeln. Okay. Die ist auch ausgerungert. Da kann sie gleich essen. Ja. Verstehe ich das nicht, ey. Lena ist besoffen, aber hat Hunger. Also die trinken eher Bier und spielen, als sie was essen. Ja Gott, was sind das für Prioritäten? Leute. Jetzt machen die auf Jagd gehen, besoffen. Trifft ihr euch an ihr Donald über die Mauer als irgendwie, ne? Ah, hier ist das so, ja, Freunde. Hier machen wir was mit. Hier machen wir was mit. Läuft ihr jetzt hier rum? Ach so. Okay, okay. Und ja, einen Pilzhaufen, die verorten auch einfach. Und hier kommen sie runter. Ah, okay. Bist nicht denn da? Komm, liegen das Stahlbarn. Das ist komisch. Warum liegen das Stahlbarn? Wer weiß es? Aufzeigen. Hä? Okay, der verhungert wäre in der Jagd. Das ist großartig, echt. Ihr glaubt es nicht. Die haben sogar alle, nicht mal alle. Konsumiere. Gümeseabfall. Jawohl, das ist doch mal. Wie macht Sibyl jetzt? Auch ausgucken hat. Ja. Ich spinne noch alle. Brennt verhungert beim Studieren. Ach je, ich weiß nicht. Das ist alles sehr merkwürdig. Die hüpfen immer noch die Räger. Die rennen einmal im Kreis um die Burke. Aber kein Mensch jagt die. Beziehungsweise, der rennt dann hier rum und trifft sie nicht. Leinend vor. Es ist das reinste Chaos hier. Und liegt hier ein Lehmhaufen. Das ist hier los. So, der Wartere auf Ressourcen. Wie kann denn eigentlich Essig zu Kompost werden? Kann mir das mal jemand erklären? Hier gehen die weg. Merkwürdig sind Dinge vor. Gut, der wird geräuschert hier. Die liegt so viel Fleisch rum. Das kümmert sich keine Sau drum. Herr Burkes besoffen, so wie es aussieht. Aber mechert hier schön fröhlich vor sich hin. Mit knurrendem Magen. Also. Geschwipst. Warum nicht? Komm, ich esse hier noch was. Der rennt hier aber noch rum. Ich finde den Weg nach Hause nicht. Das ist immer noch angeschlagen. Komm, es was. Bevor du die Spiels, es was. Junge. Essenssichtiger. Dann nochmal. Also. Gut. Äh. Für den groben Wein, warum Johannisbeeren? Da haben wir eigentlich ziemlich viel. Dafür brauchen wir Gerste, da haben wir auch noch genug. Hier brauchen wir Gerste und Kräuter. Haben wir aber auch noch genug. Und Essig haben wir eigentlich auch reichlich. Also können wir auch nochmal Essig produzieren. Aber hier haben wir auch reichlich Gemüse. Ja, das steht ja da nur rum, weil es keiner braucht. Der Burkes ist hier am Futtern, okay. Und jetzt rohes Fleisch gegessen. Wann weiß es nicht. Wann weiß es nicht. Okay. Die können wir eh eigentlich geben, ne? Hier ist auch noch eine Winterkleidung aus Lein. Die ist gut. Ist ja fast neu. Natürlich. Okay. Und da ist das. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ich würde hier mal Fleisch gelagert, okay. Ja, ich würde hier mal sein. Ich würde hier jetzt da ernten. Geht denn in? Ach so, die Pilzen. Okay. Die Weife ruhen will auch nichts essen. Mein Gott, das ist ja alles verrottet. Das gibt es genau nicht. Nimm dir doch mal die Pilze weg. Da kann man einen Topf ausmachen. Okay. 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 der räuchert der räuchert so sind beide auf jeden fall schon mal mehr räucherfleisch im herstellen das ist glaube ich schon mal eine ganz gute idee die ich früher machen sollen ich bräuchte größere küche glaube ich aber dafür ist jetzt hier nicht wirklich viel platz leider ich bin komplett Hm, welkommen Die springen immer noch um die Rehe Das fällt doch eher, damit die besser wird Und Lena So Ist immer eine größere Küche zu bauen, wäre nicht schlecht Da können wir mehrere Mahlzeiten gleichzeitig herstellen Weil diese ist zu klein So, und dann brauchen wir noch einen Lagerplatz zusätzlich Weil diese Grube da unten wird entweder nicht richtig genutzt Oder sie ist zu klein Das bringt dann auch nichts Hm Können hier noch ein Regal hinsetzen Hier ist was drin auf jeden Fall Das wird schon genutzt dann irgendwann mal Okay, so lange genug Kräuter Hm, hm So ein Scheiterhofen eigentlich Hier brennt ja nichts mehr Wie soll man sich denn da wärmen? So eine künftige Entscheide auf Ist aber nicht gut Irgendwann verhungert gerade im Schlaf Der Idiot nix isst Komm, hier Es räucherfleisch Es ist, ich weiß nicht Ich will mal mehr Arbeit einfügen Ich weiß nicht Hm Machen wir auch mal So, bevor du hier da Dumm Zeug machst So ein Freund Willst du da jetzt machen? Nee, du bringst das jetzt mal ins Lager Ja, das macht uns aus gut schon Okay, dann bringst du das weg Da fühle ich wurscht Wer da was macht hier Aber weg damit Also wir brauchen mehr Platz Letztendlich Wir brauchen mehr Platz Leute So geht's nicht hier weiter Hm Hm Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, machen wir hier noch ein kleines Zwischenlager rein. So, zur Not einfach. Ja, machen wir noch mal ein Healtpaket. Oh, das ist nicht fertig. Kann man hier schon ein Dach drüber bauen. Ja. So, machen wir noch ein Reetdach. Okay, dann ist das auch ein bisschen regengeschützt. So ein bisschen irgendwie. Irgendwie regt das trotzdem durch. Der hat nicht viel Platz zum Durchlaufen hier, ne? Na gut, wir wissen, wir müssen halt hier die Mauer vielleicht auch nochmal mal was versetzen. Hier wollte ich ja eh mal abreißen. Dann können wir vielleicht die Küche auch vergrößern. Ja. 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 Wir könnten hier die Bauern schon mal ersetzen. Oh, war schon verfügbar, sehr schön. So, destillieren. Kaltstand, Schnaps, Distiller, medizinischer Alkohol, mhm, oh, ja, ja, klar, er ist unglaublich medizinisch, oh, ho, 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 Acavita, mhm, ich glaube, dann sind die Richtigkeit, die Leute, ja, mach mit mal, bringt vielleicht gute Stimmung rein, bevor sie verhungern sind sie besoffen, dann merken sie es nicht so, äh, es läuft am Essen vorbei, das interessiert ihn überhaupt nicht. Ich hab keine Ahnung mehr, was geht hier ab? Winterkleidung, ganz Leder, gut überlegen, eher mehr und hat der für ein Gewand an, Sommerkleidung aus Wolle hat er noch, kann man hier schon mal Winterkleidung aus Leder, nicht so gut aus, wenn du vorn hast. Also, das ist gar nicht hungrig, dann ist eben nix. Lenas Kochkunst auf zwölf und kocht überhaupt, ja, nur gut, es wurscht, auch kommen, haben sie schon ein Stück, ein Bündel, Zweige hingeschmissen, das ist ein super Lagerfreunde, äh, der Priorität, ich weiß nicht, ich weiß es nicht, alles sehr merkwürdig, äh, schon mal gesagt, äh, so, okay, hier haben sie schon mal weiter gemacht, das ist, da waren wir aber mal fix, hier richtig, richtig gehendst, verblüfftst, so, dann machen wir hier mal weiter Steinmauern hin, dann kriegen die das so hin. Hm. nochmal Pilze, die wachsen im Winter nicht, die brauchen wir jetzt. Ah, okay, sehr gut, dann können wir hier unsere Steine weitersetzen. Das ist auch weg, nur durchs Aurek. Ja. Hm. 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 camp. Hey. Endlich wenn der weg kommt, die liegt da immer rum. Blöden Ding. Wartet auf Ressourcen, hier wird Gemüse gemacht, okay, hier wird gebaut und dann wird direkt wieder gezockt. Die fallen sind nicht wichtig, bringen das hier mal weg, damit wir Kalkstein haben, weiter. So, gewusst haben sie schon mal gesetzt. Hä, so ist hier Stein, äh Holz mann ich. So, macht tatsächlich die Lücke zu, ist schon mal schief gegangen. Gut, dann können wir hier auch weitermachen. Sehr gut. Wird gebraut, das ist gut. Wein, okay. Hier ist das Bier bald fertig, sehr gut. Dann können wir noch Essig machen. Dann Wein und Bier. Hier wird geräuchert. Ist aber noch nicht fertig. Oh, der ist immer nicht hungrig. Zimmert hier weiter. So, der zimmert hier weiter. So, dann wird das nächste, das hier alles abreißen und hier eine Mauer weitersetzen. Dann wird wir hier etwas mehr Platz noch haben und dann können wir die Küche vergrößern, würde ich mal sagen. Dann sehen wir das dann bauen. Hier haben wir hier noch so eine doofe Wand. Oh, ich hab das ganze, äh, der dritte Saal hier abreißen dabei. Da ziehen wir noch an die Tür hier denken. Erstmal soll ich hier die Zinn weiterbauen. So, ist das Steine wieder ausgegangen. Liegt zwar alles hier rum, aber es interessiert ja keinen. Nimm ich dort immer noch hier rum. So kält, wenn hier nutzlos rumläuft. Ja, ist jetzt immer das Zeug da. Hm. Dann ess was, geht es dann wieder besser. So, hier ist gleich Bier fertig, sehr schön. Dann können wir unsere Schluckspechte wieder zuschlagen. Dann machen wir unsere Schluckspechte wieder zuschlagen. Also, warum kommt jetzt extra um Wein zu trinken, statt was zu essen? Kühl. Ah, der ist zu kalt. Da müssen wir also auch neunigstens ne Winterkleidung verpassen. Das ist Leidengut, die ist aber schon gebraucht. Das war nicht hier noch. Ne, das bist du. Das ist Leidengut. Das ist Leidengut. So, unsere Kleidung hat sie jetzt. Winterkleidung und Leder. Dann gehen wir jetzt wieder noch mal zu essen, weil ich ja selber nicht kann. So. Da ist ein paar Gurken, nix Pickles oder Sommer und ist da eigentlich. Und dann geht es hier gleich wieder besser. Bestimmt irgendwie. Okay. So. Und sie will jetzt hier transportiert irgendwas. Komm, trink mal ein bisschen. Dann geht es hier gleich besser. Wollte ich, warum ich sie noch mache? Naja, wir sind eh wieder hier in der Region der Nachtwandler unterwegs. So. Dann ess was. Was ist mit dem Essen? Das ist echt ne Rätsel hier. Hier wird jetzt gleich das Räucherfleisch fertig. Äh, brennt. Scheint auch wieder sehr verzweifelt zu sein. Muss der Hunger sein. Ich weiß es nicht. Äh, äh, ähm. Ja. Ah, Fleisch ist fertig. Sehr schön. So, Siebel kann jetzt pennen. Ja, ist jetzt auch nicht mal ganz da ausgehungert. Ich meine es auch, ich sage vielmehr eine Leiche. Die Leute, die da mit ihr da im Raum... Naja, gut. Lassen wir das. Was ist hier? Achso. Gut, lassen wir mal laufen. Gut. So, gut. Ah, die Mauer haben wir hier weiter gemacht. Das ist schon mal gut. Kann man die... Kann man die... Kann ich übrigens verlagern. Weil da muss ich nicht alle abreißen. Von Hand. So, die machen das sogar. Wahnsinn. Ah, hier gibt es den Neu auf, wo man Nadeln suchen kann. So. Und bauen die da hin. Dann müsste man die hier auch alle... So, die nicht alle markieren kann. Ne, macht er natürlich nicht. Kann ich nur entfernen. Das machen sie aber jetzt relativ flott. Essen brauchen sie nicht, aber das machen sie sofort. Sehr schön. Vorbildlich, Jungs. Und Mädels. Machst du jetzt? Hä? Okay. Jetzt kommt auf die, die 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 Leiche unbedingt wegbringen muss. Äh... Ja. Oh Mist. So wie gesagt. Nein. Äh... Guck mal. Konsumierer. 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 Äh... Verdorbenes Fleisch. Hm. Aber ist das überhaupt da? Mein Gott. Kommt das nicht auf den Mü? Gut. Wie macht das? guerr 주 Monster. Wir Lu Email. Worlds. Na, realm. Um. Wir laufen jetzt. � уш. mansumier. Man. Entw vas immer 살짝 und lang. Ein. Was dann sagst du? so viel platz nimmt in die schnappsteste dann nicht weg auch die ist gar nicht so groß diese rinzisch das ding hallo so Scharnabs Distille, ich will ihn hier reinbauen. So, gucken wir mal, Schnaps Distille, kommen die vielleicht hier reinbauen, passt das Ding noch, ne, dann müssen wir das vergrößern, die ist hierfür dann doch zu groß, aber vielleicht können wir ja die, die Baubereien da rein, rein machen, ja, das Ding braucht schon mal Platz. Damit das schon mal klar ist hier, gut, dann bauen wir das Ding dahin, dann ist auch direkt das Lager in der Nähe. Das hier vielleicht gar nicht mal so schlecht. Wenn ich das jetzt hier abreiße, dann ist die Produktion am Arsch, ist das Problem. Textilien brauche ich hier nicht rein. So. Hm. 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 Das war nicht so schlimm, kein Unternehmenspunkte verloren. Hm. 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 Was ist das Ding hier, Bauen? Die hat mehr Trefferpunkte, dann haben wir auch nur minimal. Ich glaube, die Bude brennt gerade ab, aber was soll's. Hauptsache, wir produzieren noch ein bisschen was. Wir nehmen die Winterkleidung. Du bist nicht du, wo du keine Räucherfleisch gegessen hast. Alleiner zieht aber dann auch vor Ort aus. Ist aber nicht hungrig. Warum hat der so wenig Trefferpunkte? Ne? Den geht's so gut. Das ist seltsam. Hä? Hat ein anständiges Mal gegessen, steht hier. Okay. Donald läuft, okay. Hunger dabei. Sehr schön. Da ist noch nicht die Prioritäten setzen. Die sind noch verärgert, wenn man sie in ihrem Ablauf stört, obwohl sie eigentlich Hunger haben. also, äh, bisschen Gaga muss ich sagen. Ja, da wird unbedingt zocken. Das ist doch spielsüchtig, Junge, ey. Das gibt's doch nicht. Ei, 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 ei. Okay, hier fehlt sich Ressource. Hier liegt genug Fleisch rum eigentlich, ne? Also, da braucht der Kadaver dafür. Na gut. Apropos Kadaver, da müsste man halt irgendwann mal eins von diesen Rehen vielleicht jagen. Hm? Leute? Gut, wenigstens sind wir hier wieder schön leicht verbrannt. Ei, ei, ei. Na ja. Gut. Das funktioniert wenigstens. Nur eins können dann Feinde verbrennen. So, wenn die dann hier fertig sind mit der Mauer, dann reißt man hier das Holzding ab. Olena Jagd. Was trifft hier? Jo! Na wenigstens eine, auf die man sich verlassen kann hier. Letztendlich müssen sie immer die Mädels machen. Ja, so ist das Leben normal, Leute. So ist das Leben. Entweder machen es die Mädels oder die Scheiterhaufen. Damit haben wir angefangen und damit beenden wir diese Sendung. Die heutige Übertragung von unseren Scheiterhaufen Grand Prix hier bei Going Medieval. So. Und vielen Dank fürs Zuschauen und vergesst nie das Holz nachzulegen. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020